Hallo zusammen. Gucken wir mal ganz kurz in die Bestellung rein. Ich habe hier die liebe Iselin, die hat ein Uniknoll Amarena Melange bestellt. Vierfach 1000 Meter und die Hälfte ist markiert. Ich habe hier noch so ein hübsches Herzchen dran gemacht. Und dazu kommt natürlich ein Infoblättchen und ein bisschen was Süßes rein. Und Nummer zwei ist die liebe Jenny. Sie hat ein Designergarn sich zusammengestellt. Das sind zwei Femore meliert, ein Grafit und ein Gabbiano mit einem Glitzerfadenkopf. Vierfach 1300 Meter und ich fand ihn übrigens so schön. Ich habe jetzt ein Foto gemacht. Ich würde ihn sehr, sehr gerne in den Shop einstellen. Die nächsten Tage kommt er in den Shop. Da werdet ihr dort auf jeden Fall finden. Und da hat sie sich noch ein Socks Knöllchen zusammengestellt aus Sonne, Opal und Pionier im Color Blocking. Also das ist kein Verlauf, sondern die Farben kommen direkt hintereinander in der Stärke vierfach und Länge 300 Meter. Und das darf heute auf die Reise. Natürlich mit Info und was Süßem.